Es ist verrückt, dass ihr wisst doch, was war es dran. Essen will wirklich gelernt sein. Und es sollte bei einem das Tränen, wenn man schon über 40 ist. Es ist wirklich nicht zu spät heraus, was einem wirklich gut tut und was nicht. Vor dem Tote zum Beispiel. Das ist dieser Vorfussprogramm. Genau, klingt ja noch so gut. Die Tote ist das aber nicht. Es gibt dort Frühstück und hofft den Spaß dabei. Das machen wir einfach mal mit einzugehen. Das machen wir einfach mal mit einzugehen. Das machen wir einfach mal mitüng playingen. Vielen Dank.